und ein wunderschönes herzlich willkommen zu 2 2 level 3 gespielt mit dem verdubten da schauen wir mal ich habe wieder eine möglichkeit von der von allen schossen werden sondern für eine in einem raum sind oder die walter da 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 2 Gott Meegere Dat geht hier aber ab du Ah ok Da wird schon mal die neue Karte Karte war so klar Okay, also die Tür zu alle raten werden und wirklich eine Leichtigkeit So Tief 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 Zief Tief 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 Nein! Nein! Wie habe ich das für so eine Masse? Nein! Wir haben noch keine Minigun oder Assault Rifle oder was auch immer das da sein soll. Wobei das eher die Assault Rifle ist, Minigun ist ja erst das, was die anderen Flücher denn da spawnen. So, mal speichern hier, habe ich noch gar nicht getan, wir sind gerade auf. Upsala. Sollte ich vielleicht öfters mal tun? So, ich komme nur hier durch, okay. Also klar, ich habe mich drucken, klar, ich weiß, aber man soll ja zumindest im Hinterkopf behalten, was normalerweise möglich wäre und was... Du Scheiße! Aber wisst ihr was? Mal wieder auch ein bisschen die anderen Waffen benutzen. Oh, von hier kommen wir. Ah, von hier, ah ja. Da ist der Anfangsraum. So, jetzt haben wir alle Karten. Das heißt, wir können jetzt mal gucken... Was habe ich getan? Äh, ach so! Wow, ich habe rausgetappt. Ich wollte eigentlich das hier drücken. Also ich habe quasi gerade statt Tab, habe ich Alt Tab gedrückt und bin damit natürlich aus dem Fenster rausgetappt. Ja. Kann ja mal passieren. So, da ist eine gelbe Tür. Da hinten war eine rote Tür, die haben wir aber bereits besucht. Da hinten die blaue Tür haben wir auch schon besucht. So, jetzt muss noch die gelbe Tür. Hier ist noch ein kleiner Raum. Okay. Ähm... Jetzt... Oh nein, mein Gebet. Na komm mal raus hier. Du Missgeburt auf Null Beinen. Aua! Bitch, please! Waaaaaah! Waaaaaah! Oh, da hinten ist ein Mini-Gunner. Die lebt sogar noch. Scheiße! Oh! Oh, da hinten ist ein Pfeieramt hier. Auaah! 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 Wollah! Nicht gut! Wasp! Wollt! 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 okay das ist sehr schön so gucken wir noch mal in secret da gibt es nur ein einziges haben bereits aber es für noch drei gegner da muss ich noch drei gegner okay dann suchen wir mal schnell ja löschen diese renngeräusche klingt so dumm einfach da haben wir ja sagen wir mal bitte hier die fischer und wir müssen noch drei gegner sein aber wir haben bereits alles erledigt das heißt irgendwelchen sich das können sie nicht mehr sein sondern entweder wirkt doch alle nicht ausgelöst oder wir waren in einem raum noch nicht drin oder baum und apfelmus da easy rocket launcher So, dann gehen wir mal hoch und gehen direkt ins Ziel. Ich laufe, ich laufe, ich laufe den ganzen Tag. Eieieiei, na dann würde ich mal sagen, der Schaum mit der V oder so.